Willkommen zurück zu Let's Play War of the Ring und das ist Herr der Ringe War of the Ring und wir sollten, ich sollte eventuellerweise, Königscratch, oh, ja, immer aktiv, dann haben wir Gondor, äh, Gondor, wie soll ich denn, Gondor, man? Nein, äh, haben wir Aragorn schon mal stärker, Captain Gondor, äh, was ist das, ja, ja, bla, bla, das sind Effekte, die ich jetzt gerade eigentlich nicht brauche, warum dackeln die hier so links und rechts quer, wie sie gerade Langeweile haben, warum sind meine Reiter so blöd und reiten los? Ihr verteidigt diesen Posten, nicht mehr und nicht weniger, ihr geht nicht von alleine los Gimli, du Vogel, schirp dich mal hier runter, weil ich hab keinen Bock, dass die anderen da rausrennen und sterben, ja, so wie der Unge, warum? Wieso greifen meine Einheiten die, muss ich nicht verstehen? Ich glaube, es wird eigentlich irgendwie erwartet, dass ich, äh, die andere Seite auch verteidige, aber... Wir haben Arbeit, ja, mein Leben für Rohrart! Machen wir auch mal so... Was ist das? Stellung, ach so... Stellung halten... ...rein, rein, 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 rein... ...und da wird Stellung gehalten... ...oh, nein! Äh, aber... ...das macht nichts, ich hab ein... ...Lade-Ding gemacht... ...äh... ...Legolas, du... ...nein, ihr beiden bleibt da! So, ich brauch die Bogenschützen und wir müssen den Angriff fokussieren auf die Uruk-Kai! Die sind hier die gefährlichen! Die anderen kann man danach auch noch fällen... ...so wie der hier... ...ir leuchten bleibt hier... ...du nicht, du greifst an! Das war Gondors Ritter... ...und... ...das ist das Problem, ich bin ja jetzt hier... ...das ist vor allem der Problem, logisch... ...für mich das Problem, ich hab ja so ein bisschen... ...die Verteidigungslinie... ...praktisch vorgegeben... Ach, da sind Uruk-Kai! Greift die Uruk-Kai an! Kleinen Zählen erstmal nichts... Werft ein Stein! What the fuck! Da haben wir noch welche... ...bescheiße, die meisten... ...musschützt sind tot! Im Visier! Wir werden angegriffen! Haben wir hier irgendwas nützliches grad? Wieso sind die Reiter hier? Reiter wär mal! Mein Schwert gehört euch! So dann... ...und hier... Wir müssen durchführen! Wir werden angegriffen! Was machst du hier? So... Wir leuchten zurück! Der End ist wieder verschwunden, das ist schlecht! Das Problem bei dem Spiel ist ja irgendwie so ein bisschen... Man kann nicht wirklich weit... ...auszoomen! Auf den Uruk! Und auf den! Genau, so! Uruk! Bring den um, bring den um! Zwei sogar! Gut! Erster ist down! Der Zweite wird jetzt gleich schnell folgen! Und der Dritte! Die Gimli ist ein bisschen angeschlagen! Boah, wie viele Urukai kommen denn hier? Der Schwert gehört euch! Weiter geht's! Verteidigung! Rein hier! Macht zwar keinen Sinn wie der Urukai, von da... Ähm... Hergekommen ist aber gut! Oh ja! Oh man! Oh man! So... Mir fehlen langsam leider die Einheiten! Weil die normalen sind eigentlich vollkommen uninteressant! Die gefährlichen sind grad die... Wie ist der hier reingekommen? So... Oh shit! Oh shit! Rein! Rein! Sich selber! Heil dich mit deinem Kraut! Hört sich verdammt falsch an, aber ist mir vollkommen... Bomb! Haben wir hier... Äh... Elbenzauber... Ähm... Ähm... Hier eher... Das Problem ist aber auch... Die meisten... Die wirklich die meisten äh... Special-Fähigkeiten der Guten sind vollkommen nutzlos! Seid ihr sicher? Ich hab's satt, mich hinter diesen Mauern zu verstecken! Und ich werde hier nicht enden wie ein alter Dachs in der Falle! Beim Morgengrauen reite ich zum Angriff! Vielleicht reißen wir eine Schneise! Oder wir finden ein Ende, das eines Liedes würdig ist! Wenn es nach uns noch Sänger geben wird... Werdet ihr an meiner Seite kämpfen, Sohn des Araton? Ich stehe zu euch bis zum Ende! Vielleicht sollten wir... ... ... erstmal die Rohren so drüben killen! Was genau ist jetzt hier grad... ...die Mission? Wollt ihr mich verarschen? ... Ja, toll! Ähm... Hätte ich vielleicht safen sollen... Das finde ich jetzt aber dezent gerade... ...miserabel, ehrlich gesagt! Dann bleibt einfach da! Ihr seid die Helden! Ihr seid schwach und nutzlos! Dann bleibt hinten! Meine Waffe! Wir werden angegriffen! Und ihr haltet die Stellung! Bogenschützen auf die Urukai! So... Wir werden angegriffen! Das heißt, ich muss jetzt vier Minuten durchhalten mit... ...den paar Bogenschützen, die ich da hab! ... Moment... ...sammeln wir mal die kurz hier... ...und ihn! Den brauchen wir hier! Genau, so! Jetzt kümmern wir uns um die verdammten Uwuchs! Zack, 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 zack! Bringt sie an oben! Ich will keinen am Leben sehen! Ja... ...die Anmerkung hier ist jetzt allerdings auch... ...es gibt eigentlich keine direkte Strategie, die wir hier verfolgen können! ... Jo... ...jo, wie ist denn der nach vorne geschossen? ...so, ein Single-Shop... ...wenn es den Kill... der dritten headshot bekommen man ist doch in ordnung das ist nämlich das schon das sichtbarste problem hier finde ich diese diese komplette nutzlosigkeit von strategie wegfindung verhindert gerade dass ich hier sinnvoll kämpfen kann was haben wir denn hier unten ist mir eigentlich vollkommen egal sammelt euch hier ich werde tun was ich kann mach deinen special shot los hallo wie wieso hat er jetzt nicht seinen special shot gemacht ich glaube nicht meine verstärkung so dieses mal werde ich allerdings die helden auch mal ein bisschen im auge behalten so so wäre vielleicht sinnvoll für aragon wenn er nicht in den kampf brennt nütz den kraut so so einfach headshot boom mein gott aragon bleib doch mal in deiner scheiß deckung ich bin aragon ich kann nicht nachdenken so plus 14 damage meine herren jetzt muss der aber mal drauf haben hier okay legulas 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 in deckung nutzt du dein kraut der muss ja im kampf bleib ach du scheiße los robber da ich denke mal der könig darf auch nicht sterben ich habe satt mich hinter diesen mauern zu verstecken ja das wissen wir sinnvoll so was was ist jetzt hier mein ziel moment wir sind ja jetzt noch hierbei verteilen sie hamburg bis zum morgen grauen geben die muss überleben vorher safen wir allerdings ich würde sagen komm hier fertig wir müssen durch unsere verbündeten werden angerufen wir werden angegriffen oh nein 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 du gehst zurück du gehst sowas von zurück und surprise das ist der king typ der sollte eventuell am leben bleiben der sollte event okay ich liebe es einfach nur wie der so darunter gelaufen ist wie so ein boss so gut i am gandalf i don't give a fuck i am gandalf i don't give a fuck oh shit ja das ist toll dass ihr hier stehen bleibt ein bisschen zurück leute so bäume ihr aggressiven geschöpfe der natur tötet sie alle warum seid ihr drei hier oben runter zum angriff okay feuerregen mach deinen feuerregen hier hin you are fucking serious you are fucking serious ah ja okay an der stelle werden wir diesen part erstmal bänen ich danke vielmals fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und in der nächsten runde schaffen wir das bis dann ciao